Hey Blossom, ich wette, dass du nicht höher springen kannst als ich. Das werden wir ja sehen, Buttercup. Ach Mädchen, wenn der Professor das hört, wird er bö... Mädchen, was macht ihr da oben? Meine Chemikalien sind überall verteilt. Hab ich doch gesagt. Entschuldigung, Professor. Hey Blossom, ich wette, du kannst keinen vierfachen Rückwärtssalto? Ach ja, das werden wir ja sehen. Hey Mädchen, Mädchen, Mädchen. Was ist los, Bubbles? Es ist wegen Donny, er starrt nur vor sich hin. Oh, seht mal, ein Regenbogen. Langweilig. Donny starrt ihn einfach nur an. Donny? Donny, wo gehst du hin? Wir sollten ihm folgen, Bubbles. Ach, komm schon, lass ihn doch einfach. Dummes Einhorn. Oh. Was ist hier los? Alle starrt den Regenbogen an. Wie hypnotisiert. Wie Zombies. Verschwinde, Lammkind. Hörst du nicht, Fuzzy? Ich sage es nicht noch. Oh nein, gefangen. In einer wunderschönen Umarmung. Das war's, Lammkind. Oh Mann, ich wollte ihn erledigen. Er wollte nur ein Umarmung. Ich weiß. Und es gefällt mir nicht. Ja, irgendwas stimmt nicht. Ich habe kein gutes Gefühl. Ich glaube, es ist der blöde Regenbogen. Es ist ein schöner Regenbogen. Mädchen, ich würde sagen, wir machen eine Reise zu dem Regenbogen, um zu sehen, was los ist. Deine Idee gefällt mir, Blossom. Ja, Reise zum Regenbogen. Was zur Hölle geht hier vor sich? Lichthölle, Himmel. Ein Panda und ein Einhorn. Ein schönes weißes Einhorn. Deshalb hat Donnie der Regenbogen so gut gefallen. Hey Mädchen, könnte der Regenbogen daran schuld sein, dass alle sich so komisch verhalten? Klingt logisch. Es gibt nur eine Lösung. Die bedrohten Tierarten zu vernichten? Nun, ja, ich denke schon. Aber sie sind so niedlich. Das ist die einzige Lösung, Bubbles. Komm schon. Oder willst du nochmal von diesem alten stinkenden Lammkind umarmt werden? Na ja, er hat wirklich gestunken. Sag ich doch. Na los Mädchen, auf geht's. Wir haben es geschafft. Ja, das war großartig. Lasst uns nachsehen, was in Townsville los ist. Es hat geklappt. Die Leute sind weg. Alles ist wieder beim Alten. Und wisst ihr, was das bedeutet, Mädchen? Los, den holen wir uns.